Hallo zusammen, wir haben es im nächsten Jahr erzählt, nämlich diesmal auf Schweizerdeutsch, weil es geht um die kommenden Themetagen des Kantons Zug zum Thema Beiträchtigung und Behinderung. Der erste Themetag wird am 10. Juni, das ist ein Sonntag, im Kino Gotthard stattfinden, nämlich mit dem Film «Ursula, Leben im Anderswo», wo dann auch eine Diskussionsrunde mit dem Regisseur Rolf Lissi wird stattfinden. Zu diesem Themetag ist noch zu sagen, dass es eine begrenzte Anzahl Plätze gibt. Wenn man sich aber anmelden will, kann man das. Die Links sind in der Infobox. Der zweite Themetag ist ein drehtagsbieter am 13. Juni. Dort wird eine Podiumsdiskussion im Burgbach-Saal stattfinden unter der Moderation von Nick Hartmann, wo verschiedene Gäste zum Thema Beiträchtigung diskutieren oder auch philosophieren werden. Nämlich sind die Gäste, Frau Regierungsrätin, Frau Weichelt, sie hat mir ja auch schon ein Interview gegeben für den Kanal. Dann die Vizepräsidentin der Institution ZUWB, ein Arbeitgeber, Timo Felder, er sollte ja auch schon bekannt sein, er hat mir ja auch schon ein Interview gegeben für den Kanal. Dann die Geschäftsführerin von Avanti Donne, die Avanti Girls sind ja auch schon thematisiert worden mit Vanessa. Dann jemand von Menschen zuerst, das ist auch ein selbstvertretender Verein. Und meine Wenigkeit, die wirklich diskutiert und eben, ich hoffe, auch ein bisschen philosophiert. Ich würde sehr freuen, wenn ich viele Zuschauer auf diesem Kanal auch an einem oder an beiden Themetagen sehen würde. Mal, und bis zu einem von diesen Themetagen, euer Jan, tschüss zusammen! Und eben alle Links in der Infobox. Check it out!